Bei der hochschwangeren Renata Lusin könnten jederzeit die Wehen einsetzen, während Valentin bei Let's Dance um den Sieg kämpft. Renata und Valentin Lusin. Es wird auf jeden Fall ein Let's Dance Baby. Renata und Valentin Lusins, 36. Kinderwunsch geht endlich in Erfüllung. Nach mehreren Fehlgeburten ist die Let's Dance Tänzerin wieder schwanger. Und bis zur Geburt dauert es nicht mehr lange. Renata ist bereits im neunten Monat schwanger. Das heißt, ihre kleine Tochter wird auf jeden Fall zur Welt kommen. Wenn Valentin zusammen mit Motorrad-Influencerin Ann-Kathrin Bendixen, 24, um den Titel Dancing Star 2024 kämpfen wird. Die werdenden Eltern haben sich deshalb einen Plan überlegt, damit Valentin die Geburt auf keinen Fall verpasst. Im neunte Monat schwanger, Geburt kann jederzeit losgehen. Auch wenn bei Valentin die Vorfreude auf sein Kind natürlich überwiegt, wird Let's Dance in den kommenden Wochen einen Großteil seiner Zeit in Anspruch nehmen. Nahezu täglich muss er mit seiner prominenten Tanzpartnerin proben und sich auf die kommenden Shows vorbereiten. Die beiden trainieren in Köln. Das ist super praktisch. Erzählt Renata nach der Kennenlernshow am Freitag beim RTL-Interview mit Frauke Ludowig, 69. Die Lussins wohnen praktischerweise Düsseldorf. Der 36-Jährige kann also schnell zu seiner schwangeren Frau eilen, wenn die Fruchtblase platzt. Natürlich muss er immer erreichbar sein. Wir haben abgemacht, dass er bei der Geburt auf jeden Fall dabei ist. Ich möchte trotzdem, dass er tanzt, dass er seiner Leidenschaft nachgeht. Ich freue mich auf eine sehr spannende Zeit bei Let's Dance, aber auch auf die wunderschöne Zeit dann zusammen, so der zukünftige Vater einer Tochter im Interview.